Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, ich hätte fast Aufnahme gesagt, von PlanetSide2. Rein technisch gesehen ist es ja auch eine Aufnahme. Ja, rein technisch gesehen sind wir gerade sogar auf einer Technikstation. Lol, wie viele Technik gesehene Sachen gibt es denn? Mach mich mal zum Leader. Ach stimmt, ja. Oder du willst immer Q auf die Leute drücken. Ne, ich will keine Q auf die Leute drücken. Ja, wieso denn? Kühe sind cool. Ja, Kühe sind cool, das weiß ich auch, aber ich finde Schafe irgendwie besser. Ja, dann mach doch Schafe auf die Leute. Ja, ich weiß nicht, ob das so gut kommt, weißt du? Das ist immer schwierig. Die gucken schon so komisch, wenn ich mit Kühen ankomme. Ja, gut. Ja, Kühe auf die Leute zu drücken ist echt nicht angenehm. Ja, aber es geht noch. Aber Schafe sind flauschig. Schafe sind flauschig. Ja, stimmt. Schafe, Schafe in Gesichter zu drücken ist wesentlich angenehmer. Kommt drauf an, ob mit dem Vorder- oder mit dem Hinterteil. Also Schafdung stinkt auch. Ja, gut. Und bei Kuhfladen hat man zumindest gleichmäßig die Masse verteilt. Bei Schafe ist das glaube ich nicht so. Ja. Ich bin bei A. Ich bin beim Anus. A wie Anus. Ich laufe mal zu dir. Hallo. Ich bin da. Wo bist du? Ach, da. Hallo. Hallo. Also du drückst Schafe auf die Leute und ich drück Kuh auf die Leute. Mhm. Wir machen Bauernhof auf. Alles klar. Machen wir so. Ah ja, es gibt wieder nichts zu tun. Nichts. Deswegen wir wieder schön unsere Zuschauer unterhalten können. Mit Schafdung. Ja. So, ich genieße jetzt erstmal die Aussicht hier. Auf die wunderschönen Berge von Amerisch. Boah, ich wäre so gern bei der Gamescom dabei gewesen. Ich auch. Ja, aber nächstes Jahr. Nächstes Jahr, da bin ich volljährig. Ja, ich auch. Glaube ich. Dann. Ja, mal gucken, ob ich nächstes Jahr da bin. Ist noch nicht sicher. Ja, ich bin nächstes Jahr auf jeden Fall da. Äh. Ja, ich bin mal gespannt, ob die dann noch krasser und noch größer wird. Ich glaube dieses Jahr waren 300.000 da über die Tage verteilt. Ja. Das ist schon ganz schön viel. Ich hatte ein Video von so einem amerikanischen LOL-Youtuber, ähm, Spacey oder Spersy oder so gesehen. Und, äh, was der von der Gamescom hält. Und das ist halt so. Und für ihn ist Deutschland so ein absolutes Nerdland, hat er gesagt. Ich finde, das ist auch. Also, wir sind nicht die einzige, das einzige Nerdland, sag ich mal so. Aber wir sind auf jeden Fall eins. Internet ist für uns Neuland. Für uns alle, so hat es gesagt, die Merkel. Für uns alle Neuland. Also, wir sind nicht das einzige Nerdland, wenn man zum Beispiel mal, ich kenne mich da zwar nicht aus, aber diese Anime-Conventions in Japan oder so, das sind garantiert auch Nerds, die da hingehen. Mir fällt übrigens gerade auf, dass sie die Station schon lange eingenommen hat. Oh, oh, oh. Ja, mach mal einen Wegpunkt. Gehen wir mal zum nächsten. Okay. Ich bin gerade zur Falschine und nicht da rausgesprungen. Alter. Oh nein, was ist mit meiner Aufnahme los? Okay, danke. Bleib mal da und ich flirg gerade in so ein Leser. Okay. Wo spawnt er denn? Ich hab gedacht, er wird da sporn, aber... Ne, tut er nicht. Sporntier. Aber ich hol dich ab. Yay! Wie hoot man nochmal? Mit P oder mit H oder so. Probier mal H. Ja, P ist es definitiv nicht. Ein Hoch auf unser Busfahrer, 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 ein Hoch... Ne, mit H macht man die Map größer. Oh. Ich kann ja kurz mal nachschauen. Ja, schau mal nach, du hast ja grad nichts zu tun, außer dass wir jetzt ein Feindgebiet sind. Oh, okay. Ich hätte dich eh nicht verteidigt, von daher... Enter... Wie ging das nochmal? Vehikel... Äh, Activate Utility. Mit J, probier mal J. Ne, klappt nicht. Also angeblich ist X die Utility activated, aber anscheinend habe ich die noch nicht activated. Also hat es keinen Sinn gehabt, ein Thunderbolt zu kaufen. Geil! Okay, dann kaufe ich die später. Komm, wir gehen mal rein. Okay. Da haben wir mal was zu tun. Ausnahmsweise mal. Hilfe, ich stecke fest. Nein. Wir schießen Menschen. Auf andere Menschen. Was? Das müssen wir unterbinden. Wir sind Pazifisten! Genau, wir sind Pazifisten, hört auf auf andere Menschen zu schießen. Und das machen wir, indem wir auf andere Menschen schießen. Ja, dann können die nicht mehr auf andere Menschen schießen. Da oben ist übrigens ein Sniper irgendwo. Das ist übrigens tatsächlich der Sinn des Krieges. Aber egal. Bei dem Baum, da oben, auf dem Berg, ist ein Sniper. Ich weiß nicht, ob der noch lebt. Ich bin tot. Ähm, oh, ich werde von Toxicity wiederbelebt. Und, weißt du was oder wer Toxicity ist? Ich hab den Namen mal gehört. Ich glaub, das wird jetzt peinlich, oder? Das ist ein Album von Sism of a Down. Achso, stimmt. Daher kenn ich das. Ja. Warte, ich belebe dich wieder. Ach, scheiße. Toxicity! Ja, der Typ. Warte, den lad ich mal grad ein. Ist er das? Das ist er. Invite Squad. Invite Squad. Ja, und mach gleich mal einen neuen Wegpunkt gleich. Oh, meine Maus dreht sich wieder. Ja. Stimmt, ich muss einen neuen Wegpunkt machen. Aber erstmal endlich meine Klösser. Zu... Combat... Combat Medic. Magic! Ähm, wohin gehen wir denn? Ich würd mal sagen, wie dahin, ne? Äh, ja, Moment. Können ja gleich wieder zum Thunderbar gehen. Der steht da noch. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Riechstelle Explosion. Das war mal unser Thunderbar. Ich mach mal einen Flatsch. Okay. Ich muss noch mal einen Flatsch kaufen. Weil Flätsche sind schön billig und so weiter. Holst du mich ab? Ich, äh, ich steh hier. Ich komm... Am Kreisverkehr. Am Kreisverkehr. Kann ich hier in den Kopf schießen? Glaubst du, das macht was? Ich glaub nicht. Versuch's mal, versuch's mal. Oh scheiße, geht nicht. Oh Mann, das wär so geil gewesen. Voll unrealistisch. Mhm. Mann, Mann, Mann. Äh, da oben fliegt ein Flugzeug. Boah, wir pushen grad voll. Uäh, nein, doch ein freundlicher Thunderbar. Ich hab mich vertan. Ich fahr hier einfach mal ohne irgendwo hinzugucken rein. Yay. Ach, der hätt so schön werden können. Aussteigen, aussteigen, sonst sterben wir gleich. Oh, meine Flatsche geht kaputt. Da rechts ist ein Typ, sagt die Map. Hier sind lauter Typen. Achtung, das Haus ist voll. Da ist ein Typ drin. Da waren eben zwei drin. Zwei heißt für mich voll, ja. Hallo, ich bin ein Rapper. Mein Name ist MC Asyphositas. Ich hab auch ein Album rausgebracht. Asyphositas ist unser Haus. Haus ist voll. Ja, ich hatte den Witt selbst nicht verstanden, aber viele Leute haben gelacht, also muss ja wohl lustig sein. Der ist auch halbwegs lustig, finde ich. Ja, wer ist denn Asyphositas? Keine Ahnung, aber wenn es ein Rapper ist, äh... Nein, Asyphositas, glaub ich, irgend so ein Philosoph oder so. Nee, warum weiß ich nicht. Es gibt nämlich so einen Poetry Slammer, der hat so angefangen. Aber der heißt nicht so, der... Das Video kennst du wahrscheinlich gar nicht. Neben sie, awesome. Ähm... Super guter Poetry Slam. Weißt du überhaupt, was ein Poetry Slam ist? Ja klar, ich war doch mit dir mal auf dem Poetry Slam. Ja, ich war mir nicht mehr sicher, wie aktuell. Ich kenn meinen Freundeshaushalt nicht so gut. Hm... Sehr von Vorteil. Andi Strauß ist der Beste. Ähm... Kennst du den noch? Verdammt, bin ich ein Vollidiot. Wir sind in die falsche Richtung gefahren. Also ich... Wo... Wo bist du gerade? Ich stehe auf dem Berg und blicke auf die anderen hinab. Ich bin nämlich grad total BredenFK rumgelaufen, hab nach Feinden gesucht und dann gefällt mir auf, dass ich irgendwie in die falsche Richtung gelaufen bin und jetzt wieder am Anfang bin. Das kriegst nur du hin. Das stimmt wahrscheinlich. Ich hole mir einen Magrida... Nein, ich will mir keinen Magrida holen. Ich will mir wieder einen Flash. Ähm... Gibt's eigentlich irgendwas zu erzählen, was seit der letzten Aufnahme passiert ist? Ähm... Außer, dass wir endlich wissen, wie wir aufnehmen? Nichts? Ja. Oh, das wäre so schön geworden, wenn ich den noch gekriegt hätte. Naja... Bist du tot? Mhm. Ich mach grad Downhill mit nem Quad. Beziehungsweise nem Flatsch. Moment, ich kommst zu dir. Boah, wenn das zwei sind... Ich belebe dich wieder! Bleib tot! Bleib tot! Bleib gefälligst tot! Ja, Entschuldigung! Jetzt bin ich mit dem Satz aber, aber... Ich will die Fehl bekommen. Ja, mach schneller! Woah, ich hab' geschossen! Ja, schön mich hier wieder zu beleben! Super! Bist du tot? Nö! Aber fast! Hätte ich dich denn woanders wiederbeleben können? Du hättest mich wegtragen können! Das stimmt! Äh, warte, ich belebe dich wieder! Ich bin nicht tot! Also beziehungsweise... Ideale ich dich! Aber du hast'n... Du hast'n rotes Kreuzzeichen über deinem Kopf! Ja... Ich bin ja auch vom roten Kreuz! Oh scheiße! Scheiße, ich muss hier weg! Ich muss hier weg! Scheiße, wir sind getrennt! Wir haben uns getrennt! Ich kann nicht zu dir! What? Kommt wo? Na, egal! Hauptsache EP! Na, 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 na.. Ich bin so great in FK heute. Das kennt man ja von dir. Ja, aber es ist heute so krass. Also, ja gut. Das ist wahrscheinlich schon ein Argument. Alter, Mann! Gott, ey, das Spiel... Ja, gut. Es liegt halt am Spiel. Ja, ja, es liegt immer alles aufs Spiel schieben. Generell, was passiert. Das Spiel ist einfach immer schuld, wenn irgendwas nicht läuft. Ja, das müsst ihr euch merken, Leute. Wenn ich zum Beispiel zum Wegpunkt laufe, anstatt zu A, dann ist das Spiel schuld. Weil es den Wegpunkt grün gemacht hat und A nicht. Ja, auf jeden Fall. Das war es nicht ungefähr du oder so. Ja, ich kann ja den Wegpunkt nicht in eine andere Farbe setzen. Also, ich kann den Wegpunkt natürlich auch auf A setzen, aber... Äh... Mir fällt jetzt kein Aber ein. Naja, egal. Ne. Ne. Ne, 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 ne. Wir sollten aufhören, so... Komm, wir singen mal was. Ähm. Ich kenne ein Lied und das geht stört, Mann! Gott. Ich kenne ein Lied, da ist ja noch einer. Ne, ich glaube, singen ist keiner so eine gute Idee. Okay, ich bin mir da nicht ganz sicher. Ähm. Alle meine Ancien schwimmen auf dem See. Schwimmen auf dem See. Haffirn in das Wachha-ha-ha-ha-schwenden in die Höhe. Hahahaha. Hahahaha. Was ist das denn? C4. Medical Kit für eine... Für ein Light Assault. Das ist wahrscheinlich sinnvoll, aber es ist... Ja, ne. Boah, wie viele Leute hier sind. Das ist voll ätzend. Das ist voll ätzend, ey. Voll ätzend, ey. Was kann denn das Implantat? Oh, ist das teuer. Ähm. Okay, das ist cool. Das verhalte ich mal. Ähm. Ich bin immer nur am sterben. Weil hier so viele Leute von allen Seiten kommen. Ich glaube, es hat ziemlich viel Sinn, sich Amor zu kaufen. Ja, hat's auch. Aber ich hab im Moment kein Geld. Wie viel Geld hast du denn? Vier. Was? Wow. Ähm. Ich kauf mir mal Flak Armor und Nano Wave Armor. So. Wir haben eh gleich gewonnen, von daher. Oh, dann sporn ich mal besser. Ja. So, wir haben gewonnen. Nein, die Gegner haben gewonnen, wohl eher. Ach stimmt, wir sind ja gar kein Rot. Stimmt. Eben, wir können da auch gar nicht hin. Boah, es nervt mich so sehr grad. Ist alles voll mit Feinden. Boah, Mann, ey. Überall. Ist ja unglaublich. Wenn die uns wenigstens belagern würden, aber das tun sie ja nicht. So warten, bis wir rauslaufen und sobald wir uns halbwegs sicher fühlen, dann sind wir tot. Ah. Jetzt haben sie uns belagert. Unser Sondera brennt. Ich glaub, ja, hier ist ja noch ein anderer. Das ist gut. Alter. Mann, ey. Junge. Ich hab' ich hab' nicht mal das Schild runtergekriegt von dem Typen. Die sind aber auch alle so irgendwie high level. Hier nur Kampfrang 100. Seh' ich die ganze Zeit. Ich würd' dich gern wiederbeleben, aber ich bin leid, Assort. Ich werf' mal ne Granate da hoch. Mal gucken, ob das was bringt. Oh, scheiße, die ist abgeprallt. Super. Das ist echt der beste Granatenwerfer. Mhm. Der beste Granatenwerfer ever. Ja, Mann. Das bringen die den Sondera direkt zu unserem Sporn. Das find' ich ja so gute Idee. Apropos, ich glaub, ich bin mal Spion. Boah, ich bin so ein Noob grad. Aber die sind alles so... Voll krass. Boah, ey. Das ist ja richtig krass. Komm schon, Sondera, wir brauchen Sondera. Apropos, ich könnt' mal grad mein Sondera aubleveln. Passive Systeme. Certification completed. Acquired. Aber... Ich kann's mir nicht holen. Aber ich glaub, wir könnten langsam mal die Folge wenden. Oder? Könnten wir das? Ja, könnten wir. Vollmer? Vollmer ist, ja, genau. Okay. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal, Freunde. Hoffentlich mit mehr Erfolg. Tschüss. Jo, bis dann. Ciao.